einen guten tag wünsche ich euch ich auch gut wir machen heute pass die nacken umlet ne sowas gibt es im spiel gar nicht mit venusmuschel ja das wird richtig lecker auch das sieht so scheiße aus hier alles was hast du denn überhaupt in der hand was ich hab nix ich hab achso ich hab die angel eigentlich gerade auf gucken ob das bei mir dann auch so aussieht also ich hab eigentlich ja ich hab die angel auch ok 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 na gut so gehen wir mal eben eier suchen hier so wollen ja heute auch umletten erst mal müssen die küche das werden wir heute nicht mehr hinkriegen mit der küche ich weiß nicht wenn ich jetzt nicht ja da sind schon ein paar ausgewachsen würde ich sagen kannst du auch welche kannst du natürlich machen dafür sind sie ja da so eben für melken aber mein gott wo ist denn die andere kuh da so eier in der mayonaise maschine ach ja wenn wir zwei jetzt genau perfekt und milch auch da rein egal wäre das ja auch schon mal geschafft ja eben gießen natürlich wie immer das sieht so scheiße aus alles auf einmal wieder richtig runter gekommen ja aber das holz brauchen jetzt erstmal um für die aufwertung ja ja klappt ja auch so klappt ja auch so erst mal und danach können wir mal über die verschönerung des ach ich werde jetzt erst mal los und hol die jetzt auch brauchte man dafür auch stein bin ich bin ich hundertprozentig sicher ich würde lieber stein mitnehmen vorsichtshalber tja was mache ich denn heute ich bin dann noch mal auf lehrsuche gehen eigentlich muss ja jetzt mal langsam knistern wie sieht das eigentlich auch so herzchen mäßig o3 habe ich schon warum habe ich beim mannigen herz da habe ich doch nie was geschenkt warum habe ich dein herz ok aufträge für die erledigt und ich habe ja auch diese verlorene axt die gott robin war die tischlerin ist das doch oder nicht ja geht da mal wo bist du denn gerade auf dem hof vor dem haus hast du ja was dann kommen wir noch mal eben zurück wo bist du jetzt wieder auf dem weg zurück hallo aber warte mal wo ist denn jetzt diese verlorene axt gewesen im kuchen verloren axt ja die ist dann ach hier die ist das genau ok ok lea wo bist du lea ich hab löwenzahn für dich schöne löwenzahn ach penny gibt immer noch vincent und jess nachhilfe du es erzählst du mir seit ungefähr zwei wochen ich habe da kein bock mehr drauf ja das war es ja dann wo man wer ja gut leer ist auf jeden fall nicht in der kneife nicht beim schmied dann wird es doch hallo leer ich frage mich habe ich ausgedruckt eine kula doch ja das was mich jetzt nicht mal hier warte aber was man nicht weg gehen nicht weg gehen ich habe die löwen nein 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 hier bitteschön immer wieder gerne extra für dich gesammelt diesen hochwertigen schönen löwenzahn du weißt dass frauen wollen so wie sieht das nie im strand aus ach guck mal da liegt eine muschel rum oder eine mies muschel hätte es auch bei dir noch mal was ansonsten können ja dafür müsste ich erst mal was kaufen gehen glaube ich kannst du auch noch mal den mentalplatz erweitern das stimmt das macht man auch bei 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 pierne genau das könnte ich machen und samen kaufen ja komm dann habe ich heute was zu tun ok hallo pierre ich möchte gerne größeren rucksack haben der liegt auf dem tresen daneben rechts der liegt auf dem auf dem ach so da ja ok so 10.000 die luxustasche ist das ok ok also kaufen noch mal ein paar samen ja was neben mit dem kürbis haben richtig viel geld gebracht aber das dauert so lange mit dem kürbis haben nur noch fünf tage wir haben nur noch fünf tage gibt es überhaupt gegen das in fünf tagen ja ok auberginen könnte man machen senfkohl noch mal senfkohl ist glaube ich ganz gut ja jetzt ja dann kaufe ich wohl noch mal 20 sind ist glaube ich angebracht wirst du in amelie hallo hattest du einen schönen sommer ja der sommer war auf jeden fall schöner als der herbst irgendwie geht mein hof gerade kaputt wo haben wir denn die saad hier ist die saad die viecher laufen die kreuz und quer übers 8 doch einfach nur schrecklich ja also wenn die kontrolle über sein leben verliert so viel wahres dran ach jetzt habe ich so viel noch für zwei na gut die auch noch mehr kaufen können wir zu spät machen und käse machen und gießen natürlich gießen lieblingsbeschäftigung von mir oh man was ich bin erschöpft nein warum doch gar nichts gemacht heute ging es bei mir auf der man kommt 22 werde ich doch noch schaffen zu gießen 1 noch und dann fällt wahrscheinlich gleich ins koma doch nicht okay jetzt sollte ich vielleicht aufhören zu arbeiten hier ja okay der hat doch weiter schritten irgendwie ein bisschen senfkohle noch geholt ja gut ja also von mir aus können wir uns auch schon hinden ich bin nämlich auch erschöpft und dann machen wir das doch einfach mal verdammt ist hier noch so viel nein morgen hat es dicht hier ist sind kohl fertig geworden ach so okay haben wir pech gehabt ja okay sachen weg und ich hab dir ein bisschen gelauscht vor der tür ach so ja komm dann sag verscheid wenn du im bett bist dann ja wir können ja noch ein bisschen jam ja mann oh ja mann okay ich geh jetzt schlafen so gespannt gespannt ich hab heute aber nicht so viel geld gemacht hoferwaldstufe 8 oh wir haben ein fass wir können ein fass herstellen ja habe ich ja auch eine ölpresse und ein luxus geschwind wachsen was auch immer damit gemeint ist aber okay ja gut lässt es wahrscheinlich schneller wachsen doch ganz schön viel verdient noch ja okay ja der senfkohle ja der senfkohle ja okay kann man dann machen kann man definitiv machen so dann hole ich auch nicht morgen hat Platz zu ach ja aber der joja markt hat doch bestimmt auch so immer fremd gehen immer fremd gehen dann kann man auch bestimmt auch ein paar samen kaufen ja scheiße ja das ist uns auch vollkommen ja ich mach auch keine eier mehr erstmal eier holen eier holen hallo 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 wir dann auch vier tage ich glaube das lohnt sich gar nicht mehr ne lohnt sich nicht mehr ja na gut dann bereiten wir uns jetzt schon mal auf den winter vor alles was jetzt noch da ist wird geerntet ja das können wir so können wir auch verbleiben ne so können wir auch verbleiben das können wir erst mal wieder käse machen und mayonaise machen ja ja mal ihn gießen ach ja jetzt sieht das alles schon gar nicht mehr so schlimm aus ja es ist halt nun kein zaun mehr da naja gut ach komm ja gießen wir mal den weg sinnvoll so dann hoffe ich ja jetzt mal dass werte frau tischlerin heute ein wenig zeit zum dann müssen wir mal gucken wo auch der meist ist fertig guck an weg 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 und auch hier kommen auch weg tun so ja und die miese muschel auch so wo ja die frau tischlerin das ist schon eine oh mein gott ich glaube das kommt gerade sowas von unpassend aber ich muss mal eben kurz woanders ja komm ich nehme euch mit ich nehme alle mit was soll's vielleicht nein das hört man nicht war das gar nicht für falsche person steht bei mir musst du ihr die axt geben ach muss doch die aktie mache ich das gleiche gut okay na gut für die aufgabe nämlich auch gar nicht dann werde ich das vielleicht tun müssen aber die küche ist jetzt im auftrag gebären ja okay perfekt perfekt lalala nein das war kein so das bin ich auch wieder es tut mir wirklich wirklich leid ja so willst wir die eben geben ja okay dankeschön dankeschön ja dann geh ich wollen wir eben nach der tischlerin gehen wir machen halt mal was wollte ich den ach ja genau ach guck mal ein specht am baum ein specht ach fein der jute specht liegen denn hier so viele bären rum und das steht in einem brunnen rum falsch person ach so nein der will ich das auch nicht schenken ich würde nur mit hier reden die caroline hallo hast du auf deinem hof alles ja habe ich immer noch hey hey wolltest du etwas ja ihr sagt immer dasselbe wo ihr sagt ihnen mal dasselbe lasst euch doch mal was einfallen hier wir haben wir da wer ist das denn maru nee ich will morgen nicht arbeiten wer will das schon ach gehst du auch mit zu tischlöhnen und ich gehe noch mal eine mine ach so ok hallo tischlerin was kann ich für dich tun kann ich das nicht einfach muss ich jetzt extra hinter den tresen gehen und schenken das ist schon ja hey du hast meine achse gefunden was für eine erleichterung ich habe ihn befasst den c mit der anderen abgeschlagen dann ok na gut ja dann hast du eine tolle axt wieder jetzt hier ok ich kann mein haus jetzt auch noch mal verbessern erstmal nein war es nur für mich oder was vielleicht geht jetzt deine haus verbessert ja dann müssen wir es wohl doch beide irgendwie machen jetzt habe ich natürlich nicht 450 holz dabei wenn mich nicht alles täuscht werden sowieso nicht mehr genug holz jetzt ach ach ja gut das schuss in den ofen warum passiert uns das dauern wir dämlich sind ja richtig da war ja was ja gut dann gehe ich noch ein bisschen holz sagen was soll ich bin am morgen auch wieder dabei oh gott scheiße eigentlich ins wasser fallen euch hast du das ich hasse das ja guck mal der emus steht ja auch um was will er gespielt ist ich habe jetzt noch zu viel geschlafen ja aus dem bett kommen sind bastian sebastian sebastian nimmt doch kein beispiel an sebastian ja vielleicht gehe ich ja doch mal mein privat garten holz hacken ich glaube so hat das hier wenig sinn was ich hier gerade tue mal nochmal malnese gucken ist ja auch mehr spät geworden ja 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 da ist doch einiges fällig hier zack 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 habe ich noch zwei mayonesen maschinen und schon reichen die eier nicht mehr wir brauchen neue hühner ach ja das brauchen wir wirklich und das können wir auch kriegen ja 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 gut vielleicht doch welche kaufen ich glaube das mit diesem ausbrüten dort extrem lange aber irgendwie glaube ich ja wir sind jetzt gerade nicht so im geldmangel eigentlich naja ich kann ja mal gucken was der brutkasten da sagt aber wahrscheinlich nicht viel erstmal hier ja gut mit dem bienenstock hier ich weiß auch nicht naja Ok der brutkasten sagt gar nichts tja mach noch davor sich hin ja gut ok Ah, Mann. Als ich doch einfach, als ich noch auf den Ebenen war, für die Bündel das direkt mitgenommen habe. Das finde ich jetzt zurückgehe, finde ich das einfach alles nicht. Na gut. Das letzte in der Kette, aber auch noch nicht. Naja. Naja. Ach, gehen wir jetzt noch kurz angeln. Irgendwas Produktives müssen wir heute noch tun. Okay, verschissen. Eine grüne Alge, wer freut sich da nicht drüber? Ah, schreibt es in die Kommentare, habt ihr schon mal Algensalat gegessen? Ich persönlich finde den ja übelgeil. Hast du schon mal Algensalat gegessen? Ne, habe ich nicht. Im ersten Moment so ein bisschen glitschig, aber so rein vom Geschmack her? Ja, doch, doch. Kann ich mir gerade gar nicht so vorstellen, muss ich sagen. Ja, ist auch schwer zu beschreiben. Man weiß ja, wie Algen aussehen. Ja, da müsste man für nach Baldrum fahren. Meiner Meinung nach die beste Nordseeinsel der ganzen Welt. Ja, der ganzen Welt. Ja, genau, es gibt nur eine Nordseeinsel her. Ja, es gibt nur eine Nordseeinsel her. Ach, ist schon 0 Uhr wieder? Ach, komm. Na gut. Na eben. Ja, ist schon 0 Uhr. Kommt die Erschöpfung. Die Lille. Hä? Äh, äh, äh. Holzebenen weg tun. So, was haben wir da? Da haben wir alles fertig gemacht für heute. Aber ja, können wir eigentlich schlafen gehen. Ja. Schön. Gucken wir mal. Ich glaube, wir haben ziemlich viel Mayonnaise und Käse heute verkauft. Na gut. Gut, gut, gut. Das ist ein gutes Geschäft. Glaube ich zumindest. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oh, Level Up. Kampfstufe 5. Alle Angriffe versuchen zu. Ah. Wahrscheinlich eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Boah, fuck. Ich würde sagen, eines kritischen Treffers um 50% erhöht. Ja, ne. 10% der Schaden ist gar nicht so. Aber wenn dann wahrscheinlicher ist, dass du einen guten Schlag triffst. Das ist für dich eher interessant. Du bist ja mehr so in der Mine unterwegs, ne? Ja, weiß ich, ja. Ach, der Aubergine hast du auch noch abgegeben heute. Ja, gut. Ja. Nicht schlecht. Jo. Nicht schlecht. Ah, auch Fischen? Fischen? Warst du auch noch Fischen oder warst du mein Verdienst hier? Ich glaube nicht. Du hast du dein Verdienst. Hm, hm, hm. Nicht Fischen. Und anderes? Ach, wieder eine Zwergenschriftrolle 3 hat er ja gefunden. Na gut. Ja, die 3. Und in Mine, Aquamarine und Jade. Oh, oh. Oh, okay. Der feine Herr. So ist es. Na gut. Würde ich an der Stelle mal sagen. Man sieht sich in der nächsten Folge, ne? Jo. Und was gibt es heute? Man sollte Haselnüsse essen. Genau, Haselnüsse sollte man essen. Und einen Algensalat. Ja, den müsst ihr unbedingt mal prägut. Den gibt es nicht überall, glaube ich. Aber wenn er mal irgendwo eine 90-Salate oder so. Algensalat. Merken. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Und mal gucken. Vielleicht kriege ich ja meine Küche auch nochmal irgendwann. Ja, okay. Ja, okay. Dann haut er rein. Reingelungen. Und jetzt geht es immer,Hello. Und runter. Das ist ein bisschen stript ergriffen. Oh! Ja. Und dann geht's jetzt auch zusammen.